Ab 2024 sind Ölheizungen und Gasheizungen verboten und wir sollen und dürfen dann nur noch mit Fernwärme, Wärmepumpen oder Biomasse heizen. Das sieht ein Entwurf des grünen Bundeswirtschaftsministers Habeck vor. Nicht nur, dass der Einbau neuer Öl- und Gasheizungen ab kommenden Jahr verboten sein soll, nein, auch bestehende Anlagen sollen binnen 20 Jahren gänzlich verschwunden sein. Bestehende Anlagen müssen also dann in diesem Zeitraum kostenaufwendig ausgetauscht werden. Nicht nur, dass der Interessenverband Haus und Grund Kosten in Höhe von 150.000 Euro auf Hausbesitzer zukommen sieht. Auch unser Heizen wird in den kommenden Jahren dann politisch fremdbestimmt. Staatliche Stromzuteilungen drohen. Zusammen mit modernen Smartmetern haben die Regierenden direkten Zugriff auf unseren Verbrauch und können diese Steuern ganz nach politischem Willen. Haus- oder Wohnungsbesitzer, bitte schaut euch dieses Video unbedingt bis zum Ändern, denn wir werden euch neben allen Fakten noch ein paar wichtige Tipps zum Thema mitgeben. In diesem Video erfährst du alle Informationen zum geplanten Verbot von Öl- und Gasheizungen und Tipps, was du jetzt wissen musst. Mit ihnen soll bald Schluss sein. Ab 2024 sollen keine reinen Gas- und Ölheizungen mehr verbaut werden. Der Entwurf aus dem Wirtschaftsministerium ist noch vorläufig und setzt ein Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag der Ampel um. Wer das Ziel des Ausbaus der Erneuerbaren und auch der Energieeffizienz und Energieeinsparung ernst nimmt, kommt am Thema Gebäude nicht vorbei. Und ich bin ganz zuversichtlich, dass wir hier demnächst einen guten Entwurf haben. Geplant ist demnach, dass neu verbaute Heizungen 65 Prozent erneuerbare Energie verwenden. Es soll jedoch Ausnahmen und Übergangslösungen geben. Der Interessenverband Haus & Grund warnt vor den hohen Kosten, die auf Verbraucher zukämen. Weil es keine Heizung gibt, die mit 65 Prozent erneuerbaren Energien eine Gaseinzelheizung ersetzen kann. Es ist aber auch so, dass Wärmepumpen in Einfamilienhäusern den Umbau dahingehend erfordern, dass diese Niedertemperatur geeignet sind. Das löst im Regelfall auch bei einem kleinen Einfamilienhaus Kosten von über 150.000 Euro aus. Das ist für viele Menschen nicht bezahlbar. In der Ampelkoalition bahnt sich Streit an. Die FDP will den Entwurf so nicht unterstützen. Wir sollten nicht aus Technologien aussteigen, sondern das, was wir machen sollten, die Rahmenbedingungen schaffen, damit die Technologien von heute klimaneutral betrieben werden können. Das gilt für den Verkehrssektor und natürlich auch für die Haushalte in Deutschland. Die Union wirft der Ampel vor, durch die strengen Vorgaben de facto ausschließlich auf Wärmepumpen zu setzen. Der Staat muss Umweltziele vorgeben, er muss fördern, aber darf nicht die Technologie vorschreiben. Es ist entscheidend, was hinten rauskommt, nämlich kein CO2. Das Wirtschaftsministerium betont, der Entwurf sei noch nicht final. Man wolle sich deshalb heute nicht äußern. Auch in der Presse ist das Thema zur Hauptschlagzeile geworden. Kein Wunder, denn schon in einem Jahr sollen Immobilieneigentümer keine neuen Öl- und Gasheizungen mehr einbauen dürfen. Die Spiegel Wirtschaft schreibt zum Beispiel, Habeck will ab 2024 neue Gasheizungen verbieten. Kann das klappen? Das Handelsblatt titelte, ab 2024 sollen neue Öl- und Gasheizungen verboten werden und brachte die zweite Hammernachricht gleich hinterher. Bestehende Öl- und Gasheizungen sollen binnen 20 Jahren gänzlich verschwunden sein. Also nicht nur, dass neben Fernwärme und Biomasse dann so gut wie nur noch Wärmepumpen eine Alternative sind, auch alle bestehenden Öl- und Gasheizungen, welche im Bestand sind, müssten nach diesem Gesetz ausgetauscht werden. T-Online haut dann bei dem Titel aber so richtig einen raus. Autor Johannes Bebermeyer und Tim Kummert meinten, das darf nicht am Geldbeutel scheitern. Der Interessenverband Haus und Grund sieht die Kosten in Höhe von 150.000 Euro bei einem vorzunehmenden Umbau von einer alten Öl- und Gasheizung hin zu Wärmepumpen auf Hausbesitzer zukommen, denn ein einfacher Austausch der Heizsysteme im Technikraum wird oftmals nicht ausreichen. Wie dreist ist da die Aussage, das darf nicht am Geldbeutel scheitern. Droht uns grün gewünschte Abhängigkeit? Zusammen mit modernen Smartmetern ist die Möglichkeit vorhanden, dass von extern, zum Beispiel politisch vorgegeben, Strom für Wärmepumpen einfach mal von hier auf da zugeteilt wird. Unsere Heizentscheidungen, unseren Heizverbrauch hätten wir dann nicht mehr in der eigenen Hand. Nur grüne Symbolpolitik ohne Sinn und Verstand? Es scheint fast so, denn hier soll ein Gesetz wie der Hauruck von heute auf morgen gültig werden und man kann und sollte sich schon die Frage stellen, geht das alles überhaupt so? Bekommt man nicht den Eindruck, dass die Bevölkerung bewusst in ein Energiechaos geschickt wird, in der Hoffnung, dass sich dann alles schneller ergibt? Fast so, als wenn man ein Kind ins kalte Wasser wirft und hofft, dass es dann schneller schwimmen lernt? Da stellen sich doch gleich mehrere dringende Fragen. Haben wir überhaupt genügend Produktionskapazitäten für den Bau von zusätzlichen zig Millionen Wärmepumpen für dieses Hauruck-Sofortgesetz? Für Neubauten und alle Austauschwilligen, denn sicherlich wird es bei allen Bestands- und Ölgasheizungen bereits in den kommenden Jahren aufgrund eines hohen Alters auch hier Modernisierungen geben. Welche enormen Mehrkosten kommen auf Haus- und Wohnungsbesitzer für den Austausch ihrer Heizungsanlagen zu und können sich diese wirklich diesen Zwang alle leisten? Denn denken wir nur einmal an Rentner, welche neben ihrer Pension das Haus als Altersversorger haben, damit sie keine Mietkosten haben und nicht genügend Erspartes auf dem Konto liegen haben, um im hohen Alter noch zwangsweise eine neue Heizung einbauen zu lassen. Warum wird man den Eindruck nicht los, dass diese Regierung zu viele unausgegorene Hauruck-Gesetze auf den Weg bringen will? Werden wir nicht in andauernde Panik versetzt, dass stets neue Ausgaben auf uns zukommen, welche immer weniger Menschen bei uns stemmen können? Hier unser Extratipp. Die geplante Gesetzesvorgabe, dass eine Heizung nur mit einem Anteil von 65 Prozent erneuerbarer Energie betrieben werden darf, das könnte ein Kompromiss werden. Gas- und Ölheizung in Kombination mit einer Solarthermieanlage oder einer Wärmepumpe, welche 65 Prozent mit erneuerbarer Energie betrieben werden kann, könnte ein Ausweg werden. Es ist bislang nur ein Gesetzesentwurf. Wir bleiben für dich an dem Thema dran. Wo der ganze Strom für Wärmepumpen oder auch E-Autos herkommen soll, das wird uns nicht verraten. Bereits am 15.03.2024 sollen ja die drei verbliebenen deutschen Atomkraftwerke endgültig vom Netz gehen. Weniger gesicherte Stromleistung in Deutschland? Mehr Stromverbrauch durch Verbote von Öl- und Gasheizungen? Wo soll denn der ganze Strom für diese grün angemalte Ökowende denn herkommen? Ein paar Solarflächen hier und ein paar neue Windkrafträder dort? Bei Dunkelflaute, also bei Dunkelheit und Windflaute, werden dann wohl unsere neuen Wärmepumpen abschalten und das E-Auto im Carport ist am nächsten Morgen dann halt mal nicht aufgeladen. Naja, bleiben wir halt im Wintermantel und in Decken eingehüllt in unserem kalten Haus, denn wegfahren können wir ja nicht mehr. So steuern wir grün-ökologisch also in den kommenden Jahren dahin von Strommangellage zu Strommangellage und der Blackout klopft schon mal an die Tür. Gut, wer dann vorgesorgt hat. Wie es geht, zeigen wir dir hier in unseren Videos bei Fritz Clever.